Hallo, schön, dass du da bist. Heute begleite ich dich mit einer geführten Meditation mit positiven Affirmationen. Mit den folgenden positiven Affirmationen programmierst du dein Unterbewusstsein neu und kannst entspannter und positiver Geige üben. Höre dieses Audio in den nächsten 21 Tagen täglich als Routine vor dem Üben. Du wirst bald spüren, wie du ein positives Gefühl vor dem Üben entwickelst. Atme tief ein und aus. Spüre, wie sich dein Körper entspannt. Stell dir vor, wie deine Finger sanft über die Seiten deiner Geige gleiten. Du spielst mit Leichtigkeit und Freude. Dein Ton wird immer klarer und voller. Mit jedem Tag wirst du sicherer und selbstbewusster. Du liebst die Musik und du hast alles, um deine Ziele zu erreichen. Ich spreche nun jede Affirmation zweimal und gebe dir danach Zeit, sie für dich zu wiederholen. Du kannst sie laut aussprechen oder in Gedanken verinnerlichen. Ich liebe es, Geige zu spielen und es macht mir Spaß, neue Stücke zu erlernen. Mit jedem Übungstag werde ich besser und selbstbewusster. Mit jedem Übungstag werde ich besser und selbstbewusster. Ich bin stolz auf meine Leistungen und feiere jeden kleinen Erfolg. Ich bin stolz auf meine Leistungen und feiere jeden kleinen Erfolg. ich bin voll und ganz bei meiner Musik und lasse mich von nichts ablenken. Ich bin voll und ganz bei meiner Musik und lasse mich von nichts ablenken. Meine Finger bewegen sich immer leichter und flüssiger über die Seiten. Meine Finger bewegen sich immer leichter und flüssiger über die Seiten. Mein regelmäßiges Üben zahlt sich aus und ich sehe täglich Fortschritte in meinem Geigenspiel. Fehler sind nur ein Teil des Lernens und bringen mich voran. Fehler sind nur ein Teil des Lernens und bringen mich voran. Mein Bogen gleitet gleichmäßig über die Seiten und erzeugt einen vollen und wunderschönen Klang. Geigespielen erfüllt mich mit Freude und Leidenschaft. Geigespielen erfüllt mich mit Freude und Leidenschaft. Atme tief ein und aus. Denk daran, jeder Schritt auf deiner musikalischen Reise ist wichtig. Es geht nicht nur um das Ziel, sondern um die Freude am Spielen. Sie sind in einem Blick auf den suscribiten. Am Versicheln war, dass ich mich selbst nicht so weit- und aus. Ich bin weit dabei, dass ich mich so weit- und aus. Ich bin nicht mehr weit- und aus. Untertitelung des ZDF, 2020